Servus Leute, hier sind wir wieder bei einer neuen Runde Orion, die Dino-Horde. Jo, hallo zusammen. Ja, wir haben uns entschlossen, ich hab vergessen beim letzten Bad zu drücken, ich spiel den Solt wieder. Wir haben uns entschlossen, wir spielen mal einen anderen Modus, Conquest, und da ist zwar der Generator ewig weit entfernt, soweit ich weiß ja, 2600 Meter, am Anfang, aber ich glaube, dass das, dass da irgendwo Fahrzeuge gleich am Anfang auch gibt. Ja, irgendwer, das muss man ja gemacht haben, denke ich mal. Ah, heute ist auch nicht so ein Schneesturmwetter, das ist schon mal cool. Ja, ich glaube, der Schneesturm müsste fangen da an. Ich überlege mir gerade, wo man da jetzt, ob es da irgendwo Fahrzeuge geben könnte, am Anfang. Ich glaube, wir, ah, hier ist ein Fahrzeug. Ich habe ein Fahrzeug, da hinten. Hast du eines? Ja, mit Flo zusammen, das mit, äh, Geschütz, auf dem Dach. Mit, dann, naja, dann komme ich, dann komme ich hinten drauf. Wer fährt? Ich würde gerade gerne fahren. Na, passt schon. Warte mal, welche Richtung da? Blo, na, 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 na. Oh, ja, die, na, na, passt schon, der fährt, mit dem anderen, so wie das ausschaut. Okay. Dann gib Gas, ich stehe hinten drauf. Und wenn du irgendwo Kisten siehst, da zum, einfach gut stehen bleiben, oder was? Ja, musst du mir Bescheid sagen, wenn dir was auffällt. Ja, ja, mach ich, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, darf man hier rumfahren? Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung, wo, wo du am besten da fahren musst. Man kennt sich halt einfach nur gar nicht aus. Wir haben zwar die Map vorher kurz einmal geschickt. Ey. Äh. Was ist denn? Flo hat uns gerammt. Ich habe mir jetzt gedacht, was ist jetzt? Aber mit Speed. Ey. Und wieder. Lass ihn vorfahren. Da liegt sich gleich noch auf die Seite. Meinst du, wir können hier durch? Ich glaube, das kann man da durchfahren. Ja, schau mal durch. Boah, das wird knapp. E-Rex ist da irgendwo. Weißt du? Sagen, das wird knapp und dann mit Nitro durch. Ich habe mir das gerade gedacht. Warte mal, in welche Richtung? Boah, das ist... Wo fahrst du denn hin? Du fährst verkehrt. Alter, da hinten ist doch der... der Gerät. Nein, Bauergenerator musst du. Ja, aber der ist doch da in der Richtung. Ja, aber du bist ja komplett... Was fahrst du gerade zusammen? Soll ich fahren? Ich höre nur immer so, wie er ganz kurz anwirft. Der Gerät stirbt schon. Ein paar Mal in Richtung Flo. Ob da nicht der Gerät ist. Oder ist eh jetzt hier in der Nähe. Warte mal, was ist da für eine... Für ein Alikalverwärter. Pass auf, Stein, vor dir. Hä? Stein war da ein großer. Wie ist das der Krikenfärrst? Ich weiß nicht, wie der so schnell stirbt. Vielleicht ist das der Kriest so unter... Oh, ja. Aber wie kommen die da so schnell hin? Die sind nicht dort. Die sind noch hinten bei unserer Base. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen die erste W verteidigen. Ich bleib einmal sitzen, oder? Ich nehm das andere Fahrzeug. Das ist mein Metier. Ich schau mal, wo... Kommt da die erste... Achso, in 46. Vielleicht fangen wir mich erst der realischen... ...her an. Na komm, die erste Runde. Ich frage mich, was die Leute denken. Voll, die Cheetah sind so schnell schon da. Obwohl, kommt drauf an, was für ein Level die halt haben. Ich bin gespannt. Was? Deamfire? Irgendwer schießt auf mich. Haben wir Deamfire aktiviert? Denke nicht. Hoffe ich doch nicht. So, wo bleiben... Ah, sieben Stunden noch. Nein, nicht fahren, Flo jetzt. Bleib stehen. Nein. Ich will nicht. Nein. Jetzt treffe ich wieder nix. Er hat Markus entführt. Hilfe. Da vorne kommt schon der erste. Hast du Schiss, oder was? Maaah, verfehlt. Ich mach die fertig mit, meine Lüge. Da vorne sind sie, er hat den Buchenen vom Vater hin. Komm, gib Gas. Da vorne sind sie. So, das war die erste Welle. Echt? Okay. Ich hab nur 1600 Euro. Ich hab 2300. Möchtest du mal ein Geld haben? Nein. Vielleicht sollten wir es mal lieber, äh, Dingerns, nur im Notfall machen. Was? Das ausgeben. Das mit dem Geld tauschen, dass jeder separat spart. Ja, dass jeder sein eigenes hat. Stell mich da jetzt einfach wieder auf die... Und warte einfach nur, bis sie nicht herkommen. Weil die kommen eh her. Automatisch. Ja. Aber ich find den Modus nicht einmal so, der ist ein bisschen leicht. Bin ich jetzt zumindest gerade. Weil die QR-Wählen... Das Spiel enttäuscht mich gerade extrem. Ich kann nicht schalten und ich kann nicht lenken mit Lenkrad. Naja, ha, ha, ha. Nein, jetzt fahrt er wieder. Flo, lass dich stehen. Nein, jetzt hab ich die Konsole geöffnet. Dacht hast du, oder was hast du gemacht? Oder, 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 das ist die Konsole. Da, wo sind die Gegner? Ist natürlich die Frage, vielleicht sollte man am Anfang lieber die Handvoll Waffen nehmen und erst später die Fahrzeuge, dann hat man ja Heilefahrzeuge. In die starken Gegner. Nein, ich glaube, das stört nicht. Okay. Halt. Ich glaub, die Fahrzeuge kann man auch reparieren mit der Zeit. Okay, ich treff den Kleinen wieder nicht. So, wo sind da noch Gegner? Hast du noch welche bei dir? Gar nicht. Komm. Warte, ich seh jetzt welche. Bleib kurz... Nein, der eine bleibt nicht stehen mit der Flo. Ich treff den Arsch dann nicht. Ich steig jetzt aus. So, als bin ich ein Fahrer. Kurz sind hier so Baby-Dinosaurier. So, da ist noch ein Dinosaurier, den haben wir jetzt auch. Ich hab 4.040. Ich hab 2.000. Der Philoft grad nicht. Also den Flosch. Kommt bei mir nix an von der Gegner. Oh, das läuft eh. Ja, weil der Flo und ich alles nehmen. Ja. Deswegen will ich eigentlich nur da stehen bleiben gerade. Und mich auf den hinstellen und dann warten, bis die herkommen. So, irgendwo sind da Gegner. Oder nichts. Also ich seh nichts. Wahrscheinlich kommt jetzt eine andere... Du brauchst einfach ein Generatemuster sein. Das weißt du, ich da kommen die... Ja, aber ich wollte jetzt mal, wenn gerade keine Welle ist, ein bisschen erkunden. Achso, okay. Weil ich hab mich... Jetzt sieht man, wie der Ur-Wert ging vorher. Ja. Wie ist das eigentlich? Kann man mit der Kanone da gut treffen? Ja. Okay. Bin ich schon. Weil aus dem Cockpit raus, als wir das einmal vorhin irgendwann gemacht haben, konnte ich gar nix treffen, als du gefahren bist. Halt, ich hab 14... Na, bitte. Habt ihr Schaden bekommen? Weiß ich nicht. Der Fahrt meint die ganze Zeit jetzt drauf. Ja, super, da kann ich nicht schießen. Das für ein Homo. Na, wirklich, der Fahrt... Da kann ich gleich aussteigen. Das ist ein bisschen nervig, weil jetzt hat mich der irgendwo hingefahren, das Auto. Jetzt fahrt er... Ich kicke den gleich. Ich kicke den Gryso, weil das reicht mir. Weil der Gryso ist irgendwas. Ich hab den jetzt gekickt, weil der hat irgendwas gemacht, einfach nur. Ja. Ja, auch nicht Sinn und Zweck. Blöd ist nur jetzt, weil ich das eine Auto irgendwo... ...halt ewig weit weg. Wird man das auch wiederholen, weil sonst geht das gar nicht. Mah. Schöner Drift hingelegt, schön Slide und dann... Komm, guten... Hol mir jetzt das eine Auto da. Wieder. Wo ist das? Da hinten steht's. Ach, sollen wir das nehmen, oder? Nein, das hol ich mir nur, dass ich es wieder hinfahre zum... Äh, Flo will, glaub ich, bei dir einsteigen. Ja, ja, da kann ich kommen. Wo ist der Flo? Ich bring ihn dir eben. An ruhig einsteigen. Nein, er bleibt eh bei dir drinnen. Okay. So. Ich würd sagen, die eine Runde warte ich jetzt noch um und dann geh ich mal shoppen. Ja. Also ich hab jetzt 3200. Ich hätt auch gern noch ein bisschen mehr. Ich hab 4800. Also ich brauch... Möcht schon eigentlich gerne so 5000 haben. Nein, vielleicht sogar ein bisschen mehr, würd ich sogar sagen. Nein, jetzt steht er schon wieder vor mir. Nein, da stehen bitte. Ich will doch einfach nur schießen. Aber die Map ist, glaub ich, auch ein bisschen einfacher. Was? Von der Performance, ja? Nein. Achso, du meinst... Da ist sie sogar schlechter. Da hab ich nämlich weniger. Die ist schlechter, ja. Ja. Aber du meinst jetzt von der... Von der Gegner-Auffindbarkeit her. Der kommt. Boah. Du hast grad urviel umknet. Ja. Ich glaub elf Stück oder so. Ah, da ging die Performance auch richtig runter kurz. Ey, guten, 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 guten. Lass uns alleine. Wir machen das schon. Zwei. Da floh'n dich. Das war's gleich schon wieder, oder? Ja, die... Die Flugdinger. Jetzt hab ich den ersten Mal runtergeschossen. Das Blöde ist, wenn er nicht stehen bleibt, treff ich die überhaupt nicht. Ah, ich brauch noch ne Runde, um Geld zu bekommen. Ich habe jetzt 7.700. Aber wir sollen jetzt capture the Outpost. Wir sollten zum Outpost fahren. Wo ist der? Wo ist der hin? Object gibt es nur. Keine Ahnung. Object, ja? Das ist das Object. Ich hoffe, der Flo weiß, wo wir hin müssen. Der ist über 500 Meter weg. Ja, pass auf, das ist sicher der Tri-Arab-Tot. Ja. Da ist er. Wir sehen schon. Wo ist er, wo ist er? Der hinten an dem Gebäude. An diesen grünen. Obwohl, den haben wir eh schon mal platt gemacht, ne? Ja, ja, ja. Den haben wir eh schon mal. Mit der Waffe da hinten drauf, den... Nein, nicht dagegen fahren. Nein, was macht man? Hat er euch zerhackt, oder was? Nein, der Flo ist irgendwie mit dem Auto dagegen gefahren. Und dann ist das Auto kaputt, oder was? Ja, sicher. Du bist ja auch dagegen gefahren. Steig aus, du bist gleich hin. Ja, ich bin abgerutscht. Abgerutscht. Ich hab ihn grad hingemacht. Ja, super. Ah, keine Autos mehr. Fuck. Nein, den hätten wir nicht töten sollen. Bist du tot, oder was? Ich bin tot, ja. Ich kann mich nicht wiederbeleben. Ja, sagst du, Gott. Ja, bist du grad hingefahren. Wie solltest du den nicht bremsen? Ich hätte angehalten. Ich meine, jetzt ich... Ah, cool, er ist Supporter. Hey, hier sind neue Autos. Hinter dem Gebäude. Ich muss jetzt nachher mal Waffen kaufen. Ich hab 9300. Return base. Warte mal, lass mich mitfahren. Lass mich mitfahren. Oder nein, ich fahr selber. Ey. Wo müssen wir eigentlich jetzt hin gerade? Äh, base hast du doch gerade gesagt. Return to base. Nein, es ist gestanden oben. Nein, nächstes B. Warte mal, warte mal. Oh ja, warte mal. Da kommt Flo, steig ein da. Steig ein. Okay, jetzt ist der andere mitgefahren. Wir müssen da hinten zum Bauergenerator. Ja, ich bin gerade auch hier im Waffen, hä? Ja, ich würde nur in diesem Bar, halt in der Runde jetzt nicht mehr zum Waffen-Dings kommen, plötzlich. Hä? Warum kann ich hier keine Waffen auswählen? Ah, okay, Primary. Da musst du auf eine andere Position gehen meistens. Da, ich kann da noch kaufen. Da, ich kann da noch kaufen. Wo kann man kaufen? Da unten? Da, am, am Ding. Okay. Äh, ich kauf mir, ich kauf mir Primary. Ich spare auf die 15.000. Wohin müssen wir danach? Zum Generator, oder? Ich weiß nicht, ob ein, ob ein Sniper so sinnvoll ist. Ich würde keine nehmen, ist meine Meinung dazu. Obwohl, die macht so viel Schaden. Ja, klar. Aber muss halt auch treffen. Na, ich nehm die... Für Amo... Ja, wir sehen uns im nächsten Bad, bitte. Ich weiß noch nicht, was ich mal kauf.